Servus, ich grüße euch. Herzlich willkommen zum kleinen kurzen Video von Böses Cook & Barbecue. Schön, dass ihr wieder hier seid. Heute haben wir was. Na ja, eigentlich ganz einfach Simplus gemacht. Das kennt eigentlich aber jeder. Korndoks. Jetzt bin ich dem letzten Mal Sonntagmittag auf dem Sofa gesessen und hab da was angeguckt. Im O7 Max war es glaube ich. Und dann habe ich gedacht, interessieren wird es mich wie das schmeckt. Und deswegen haben wir das heute mal gemacht. So, was wir gemacht, wie wir es gemacht, ihr wisst Bescheid. Bleibt dran, bis gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF for funk, 2017 Another meaningless destination With nowhere to go Dann wieder zu sagen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Guck, da kommt er So, so Und zum fixieren nehmen wir mal einen Zahnstocher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020